Ein Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 124.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an Einschaltbetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017